die ich hoffe euch hat Prozent die letzte Folge auf jeden Fall gefallen und machen wir direkt mal weiter damit wir weiter kommen wir waren ja in liegen Brain endlich angekommen und hatten da halt zu kämpfen mit ganz vielen Liebhörn ach jetzt müssen wir es nochmal spielen okay hoffentlich kriegen wir es heute mal hin, ne? da kommen sie zu zweit an, ey oha wo kommt der? auf jeden Fall die Kraft einsetzen oh ja eine nach den anderen muss ich machen, ich muss das irgendwie hinkriegen, äh Rasserei wieder so so ich nenne ihn Junk Vault eigenes Rezept nur nicht zurückhalten, Schatz ich lebe die Liebe danke aber warte mal zwei B ich häng fest, Mann, 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 Mann ah das ist jetzt gut du du ja du 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 fu Verdammte Mist! Scheiße, 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 scheiße! Scheiße! Oh man, man, man! Oh man, man! Ist das alles? Dachte ich mir! Oh, scheiße! Ähm, ja... Hey, willst du helfen? Bleib doch und hilf mir, die Bude zu renovieren. Geht nicht. Größere Fische warten. Fische wie Johnny Green. Was kann man einem feuchten Tunnel entgegensetzen, der in Lieber verseuchte Dunkelheit fängt? Kein zu fährlich. Tut mir leid um deine Bar, Tommy. Hm, sei vorsichtig, Willem. Da braucht sich ein Sturm zusammen, Schätzchen. Nicht weggefegt werden. Warte, da hat man was Neues, sehe ich gerade. Ähm... Ähm... Ich seh gerade. Ich hab jetzt freigeschaltet, aber können wir gerade nicht gebrauchen irgendwo. Oh, ist das düster hier. Gerade gucken, wo lang wir müssen. Hey, Nillen, wie läuft's? Wow, du und Edge habt die Kacke echt aufgerührt. Die ganze Stadt ist in Panik. Ja, scheiße ist wohl das Motto des Tages. Okay, okay, gut. Ich muss los. Ich glaube, ich bin aufgestiegen. Auf nie vergessen. Gucken einfach mal, wo lang wir müssen. Ich glaube, wir müssen da lang. etwas Spann타entes sind. Und es ist boat, wir müssen uns da lang. Äh, wir müssen uns da lang. Nee, es ist mir nur ein Ausg 对. visiting us... nicht, was muss uns da lang. nicht« rum. Nicht anfangen oder wie Pfeil aufgeetracht, Meine dritte ist nicht anders! Ich habe das Buch nicht verloren! Scheiße! Ich weiß nicht, wo lang wir müssen! Ich versuche hier ein bisschen Energie aufzutanken. Ähm, ja, das war glaube ich nicht so schlau. Ich würde aber sagen, dass wir hier auf jeden Fall einen Cut machen und in der nächsten Folge weitermachen. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wir haben es endlich geschafft. Wenn ihr euch das gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und schreibt in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat oder was euch gefallen hat. Auf jeden Fall, äh, schaut beim nächsten Mal wieder rein. Ciao!